Hallo ihr Lieben, heute könnt ihr Bücher sehen anstatt Basteleien, aber ich möchte meine Freude mit euch immer teilen. Und zwar habe ich mir diese Trilogie gekauft von der Daniela Kappel. Ja, was soll ich sagen, das ist genau meins. Ich könnte im Moment sowieso so viele Fantasy-Bücher lesen. Und genau, diese drei Bücher, meine Tochter liest gerade Teil 1. Ja, da war ich so begeistert von, die habe ich als E-Bücher gehabt und habe gedacht, nein, ich möchte es gerne auch als Print haben. Und dann hatte ich die liebe Daniela angeschrieben, ob ich ein paar Goodies bekommen könnte zu der Serie, weil ich die so toll finde. Und dann hat sie mir da ein paar Sachen geschickt gehabt und die zeige ich euch kurz. Und dann hat sie jetzt vor kurzem Buchboxen rausgebracht. Und die ist heute angekommen und die wollte ich mit euch gerne einmal durchgehen. Aber jetzt erstmal die Goodies, wo ich sie gefragt hatte, ob sie mir ein Goodie-Päckchen schicken könnte. Und dann habe ich ihr das Poto natürlich bezahlt und bin mega stolz darauf, die Sachen zu haben. Und zwar eine Kerze mit allen drei Büchern, Cover. So schön. Dann habe ich hier ein Pulli mit Elementa 3. Dann hat sie mir Tee reingepackt. Lesen ist mein Element. Und zwar ist das ja auch die 3. 1, 2 und 3. Dann habe ich hier eine sehr duftende Kerze. Lavendelseife. Die duftet hier unglaublich. Teil 1. Dann hat sie mir hier, das ist das auch, ich glaube, dass da auch Seife drin ist. Das ist für Teil 2, die Seife. Dann habe ich hier ein kleines Notizbüchlein bekommen. Zu Elementa 2. Und ja, ich habe da noch so einen Anhänger mit einem Symbol von den 4 Elementen, Elementarkräften. Ein Sticker. Lesen ist mein Element. Tatsächlich ist das so. Dann habe ich hier ein Lesezeichen mit allen dreien. Und, oder habe ich sogar 2 von mir schön. Und nochmal 2 Postkarten lesen, ist mein Element auch nochmal da. Genau, das habe ich mir, das hat sie mir vor Längerem schon zugeschickt. Und wie gesagt, jetzt kamen ihre Buchboxen raus. Und man konnte die Buchboxen auch mit Büchern noch bestellen. Aber ich habe die Bücher ja, da brauche ich das ja nicht nochmal bestellen. Ich wollte euch jetzt einmal mit euch gemeinsam die Box auspacken und mit euch gemeinsam staunen. So. Und zwar. Und dann sieht sie so aus. Ich muss einmal die Bücher zur Seite legen. Nützt nichts. Elemental Buchbox. Und auch diese Symbole und auch das ist es so, so schön. Und wenn wir das dann so machen, dann seht ihr, lesen ist mein Element. Dann sind hier an der Seite so ein paar Risse, Blitze. Dann ist hier nochmal www.danielakappel.at. Und hier haben wir auch nochmal ein paar Risse. Das gehört sich so, weil es ja um Elementare geht, also Elementarenergien geht. In den drei Büchern. Also wäre mal alles, was mit Elementarenergie, also Wind, also mit Luft, Erde, Wasser, Feuer. Diese Elementarenergien, das mag. Mit einer wahnsinnig tollen Story dabei. Ich lese die bestimmt bald wieder. Also in den Ferien habe ich wieder viel Zeit dafür. Und ich glaube, die drei werde ich mir einfach doch nochmal lesen. Weil die so schön sind. So und jetzt lüften wir das Geheimnis dieser Buchbox. Allein die Box finde ich ja schon mega toll. Und dann sind da Sachen drin. Und zwar habe ich hier mit allen drei Elementarbücher Cover eine Tragetasche. Ich kann also mit Werbung laufen. Nein, ich fand die so cool. Und fand das so schön. Und habe mir gedacht, ja, die muss, das ist. Die habe ich gekauft, ne? Also die Bücherbox, äh Buchbox. So schön, weil hat halt nicht jeder. Die ist limitiert auf zehn Auflagen. Die Bücherbox, Buchbox. Dann habe ich eine richtig schöne neue Lieblingstasse. Becher für meinen Tee. Mit eins, zwei und drei. Und auch noch von Daniela Kappel selber den Namen. Und die ist so schön glatt und die ist perfekt. Ja, die ist toll. So, dann haben wir hier Elemental 1. Oh, eine schöne, duftende, tolle Buchkerze. So wie man das halt kennt. Riecht ein bisschen nach Vanille. Also riecht sehr angenehm. Also die werdet ihr dann bestimmt auch jetzt im Video, im Bastelvideo mal sehen, wenn ich dann das hier nett dekoriere. dass ich, ähm, ja, dann die Kappel vielleicht auch mal benutze. Meine Tochter wollte was von den Sachen abfragen. Also müssen wir uns da noch einig werden. Dann haben wir hier einen kleinen Schlüsselanhänger. Ein Stift, der sieht anders aus. Da war es Teil 3 und hier ist es Teil 2. Und dann haben wir hier aus Teil 1 ein Notizblock. Und dann haben wir hier einmal Tee. Das sind Magnete, zwei Stück. Die kommen hier an meinem Bastelzimmer, an meine Magnetwand ran. Sehr schön. Und dann gucken. Nochmal zwei Lesezeichen. Davon kann man auch nicht genug haben. Genau. Und. Genau, das war's. Wie schön. Das ist nochmal draußen. Ja. Also. Traumhaft. Ich bin begeistert. Allein schon die Tasse, ne. Die werde ich jetzt so, oh. Jey, täglich benutzen. Für meinen grünen Tee. Herrlich. Und auch die Einkaufstasche, die kommt dann gleich ins Auto. Meine Tochter darf sich von den Stiften einen aussuchen. Die Buchkerze. Auch ein Traum. Und. Ja. Ich freue mich. Finde es großartig, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und. Ja. Bin dann jetzt auch so ein Fan. Alles, was jetzt mit Büchern zu tun hat. Also es ist ja nicht nur Basteln, was ich toll finde. Sondern eben halt. Man kann auch, wie ihr sehen könnt, auch viele Sachen selber machen. Das ist natürlich immer so eine Copyright-Geschichte. Aber diese Goodies sind einfach so schön. Ähm. Ja. Freue ich mich sehr drüber. Ja. Bin mal noch ganz hin und weg. Und wie gesagt, ich habe ja dann auch noch die Kerze und die Seife. Und. Ja. Ja. Ich habe ja dann relativ viel zu dieser Serie. Jetzt wisst ihr auch, was ihr unbedingt noch lesen müsst. Also das kann ich wirklich allen nur empfehlen. Wer Fantasy mag. Wer sich mit Energien aus. Also mit den vier Elementen auskennt. Oder auskennen möchte. Welche Mischmöglichkeiten es da gibt. Und dann Daria und Vincent, die dann doch zueinander finden. Und eine Prophezeiung, die sich vielleicht, ja, erfüllt. Und wie sie dann ihre Kräfte, ja, erst mal in der Schule auch, ähm, Feuer, Energie zum Beispiel, wie sie die, ähm, steigern können. Wie sie damit lernen, sie zu kontrollieren und sie bewusst einzusetzen und all sowas. Also ihr müsst es lesen, weil es ist, es geht kein Weg dran vorbei. Ich würde mich kreuzärgern, wenn ich diese Bücher nicht gelesen hätte. Es gibt ja so Momente, ich hatte jetzt gerade auch ein Buch gelesen. Da habe ich ja auch geschrieben in der Rezension. Wenn ich dieses Buch nicht gelesen hätte, hätte mir was in meinem Leben gefehlt. Das war auch, es ist auch ein ganz tolles Buch gewesen. Und hier ist es genauso. Und, ähm, ich habe die Bücher ja, wie gesagt, hier. Und ich werde das bestimmt demnächst, dieses Jahr auf jeden Fall nochmal lesen. Weil das einfach so traumhaft geschrieben ist. Ihr könnt ja auch nochmal gucken auf Amazon. Da habe ich auch zu ein, drei Büchern eine Rezension von mir hochgeladen. Ja, ich bin begeistert. Herzlichen Dank, liebe Daniela, dass du das möglich gemacht hast. Und ich bin einer der Besitzerinnen von einer Buchbox. Traumhaft. Und ja, lesen ist mein Element. Und basteln. Mit diesen Worten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. Dann wird es bestimmt wieder ein Bastel-Video. Wird aber auch nochmal wieder zur Veröffentlichung. Also es gibt einige Autorinnen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und arbeite. Und da bekomme ich dann auch vorab, vor der Veröffentlichung, ein paar Goodies. Ähm, die ich dann auch gerne wieder verlosen möchte. Das habe ich bei Rahmseele schon gemacht. Und bei Sanktuarium habe ich auch schon ein Video gemacht. Und da wird es demnächst auch wieder was geben. Freut euch drauf. Und sonst seht ihr natürlich Roll-Videos und Bastel-Videos. Tschüss ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.